Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Ukraine-Update. Heute kam es von Wuleda bis in die Region um Kupiansk wieder zu schweren Kämpfen. Die Kämpfe um Wuleda bleiben weiterhin ganz besonders verlustreich, vor allem für die Russen. Schon seit rund zwei Wochen greifen diese die Stadt an, allerdings ohne Erfolg, mit scheinbar immer der gleichen Taktik. Auf massiven Artilleriebeschuss folgt ein Angriff mit Schützen und Kampfpanzern übers offene Feld. Dieses Video zeigt einen russischen Panzer, gefolgt von mehreren Schützenpanzern, beim Vorrücken auf ukrainische Stellung. Die Schützenpanzer fahren in der Spur des Leitpanzers, um ukrainischen Minen auszuweichen. Diese Taktik mag zwar gegen Minen helfen, aber nicht gegen Artillerie. Die Russen rücken hier oftmals an denselben Stellen vor, weswegen die ukrainische Artillerie schon passend ausgerichtet ist und nur noch feuern muss. Anders als Umbachmut scheinen die russischen Einheiten um Wuleda nicht bereit, ihre Taktik an die Lage anzupassen. Entlang der gesamten Front sollen sie in den letzten zwei Tagen 25 Kampfpanzer verloren haben, davon viele um Wuleda. In und um Wachmut können beide Seiten Geländegewinne aufweisen. Laut pro-russischen Quellen ist es russischen Truppen gelungen, die Autobahnen zwischen Iwaniske und Stupotschki zu erreichen. Gestern erlangten russische Einheiten Kontrolle über einige Straßenzüge im Süden Wachmuts. Anscheinend ist es Truppen der ukrainischen Territorialverteidigung inzwischen gelungen, die Wagner-Kämpfer hier zurückzudrängen. Nördlich von Wachmut greifen die Russen weiter Paraskovivka an. Von Blahodatne aus wurden Angriffe auf den nördlichen Teil Paraskovivkas gestartet, sowie in Richtung Zalysnyanski. Die Verteidigung der Siedlung hielt stand, aber die Russen erlangten Kontrolle über Teile der Felder westlich von Blahodatne. Außerdem konnten sie im Norden Paraskovivkas Fuß fassen. Die Russen versuchen mit diesen Angriffen die starken ukrainischen Stellungen in Krasna Hurra zu umgehen. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sehen, ob sich diese Taktik bezahlt macht. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos und bis zum nächsten Video.